Aber so schlecht kann die Zusammenarbeit zwischen SPÖ und ÖVP in Aspern nicht sein. Denn das neu renovierte Asperner Gemeindeamt wurde in der gleichen Form gestrichen, es wäre das SPÖ-Folg sein. Nach der Renovierung unseres Gemeindeamtes hat der Bürgermeister Auerböck energisch gesagt, auf der Gemeinde Aspernmarkt wird alles Trinken auf Tetrabag umgestellt. Ich deute keine Flaschen mehr in der Gemeinde!